wahrscheinlich wird man in diesem video 0,0 hören sehen nur uns hören wir machen eine nachtschicht im stall keppi lag aber erkennt es ja nicht mehr dass wir kommen ist sofort aufgestanden aber ganz stressfrei steht jetzt hier zum beweis keppi klapper mal dass man merkt wir sind im stall man sieht nämlich nichts bei unserer schlechten kamera man hört keppi klappern ich streichel ihm gerade und er genießt es total sofia sag mal dass du auch da bist jetzt muss ich wieder die taschenlampe anmachen damit sich keiner erschreckt und keppi ist so lieb es ist kühl keine fliegen sind da keppi kuschelt mega mit uns es ist so toll und keppi macht gar nichts der ist so entspannt grad so bräuchte ich den auch tagsüber tschüss schüss